Das Zukunftsfestival sollte ein Beweis dafür sein, wie wir in die Zukunft gehen können und wie wir sie vor allem gemeinsam gestalten können. Es macht Spaß. Ich bin begeistert, wie professionell es ist. Ich habe Lust, diese unterschiedlichen Themen zu hören, neue Impulse zu kriegen für die Arbeit, für mein Leben. Ich finde es richtig gut. Bis zum nächsten Mal. Ich habe das nicht erwartet. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich habe sehr, sehr viele junge Referenten auf der Bühne. Also alles in allem für mich eine große Bereicherung, hier sein zu dürfen. Ich kann nur sagen, ich bin ganz, ganz froh, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mir so das nicht vorgestellt. Wie gigantisch das ist, das konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass das hier sowas Tolles ist. Ich fand das einfach fantastisch, dass es da gelingt, diese ganzen Zukunftsherausforderungen zu schaffen. Wir können das schaffen.